Herzlich willkommen in der Physiotherapie-Schule Grünstadt. Wir laden Sie ein, uns kennenzulernen und sich über die Ausbildung zu informieren. Hi! Hi! Ich freue mich heute so auf Anatomie. Ja, ich bin gespannt, was wir heute machen. Die Physiotherapie-Ausbildung startet jedes Jahr am 1. September, ist eine Vollzeitausbildung und dauert drei Jahre. Hier kann ich noch ein bisschen mehr in die Flexion und die Körperabstücke in einer Linie. Ah, stimmt. Wir sind gestern hier hochgegangen und das Wichtigste ist, dass die Zehenspitzen immer angezogen werden. Ah, okay. Praktisch wird es klarer. Die Auszubildenden erhalten eine monatliche Ausbildungsvergütung bis zu 1.122 Euro. Mit erfolgreichem Abschluss erwerben Absolventen die staatliche Berufszulassung Physiotherapeut. In Zusammenarbeit mit europäischen Hochschulen ermöglicht die Physiotherapie-Schule Grünstadt den Abschluss Bachelor of Science. Zusätzlich zur Ausbildung hier machen wir im Studiengang bei uns auch noch so eine Laufanalyse mal praktisch. Das heißt, wir arbeiten mit 3D-Kameras, einem Laufband und einer richtig, richtig guten Software. Das hört sich echt nicht schlecht an. Die Kooperation der Physiotherapie-Schule Grünstadt mit verschiedenen Krankenhäusern und Physiotherapie-Praxen ermöglicht eine praxisnahe Ausbildung. Ich freue mich heute richtig auf meine chirurgischen Patienten, vor allem auf meine Patientin mit der Hüftprothese. Hast du heute nicht Bewegungsbad? Nee, erst am Donnerstag. Unsere Auszubildenden profitieren von modernen Unterrichtsmethoden. Das selbstständige Arbeiten am Patienten macht fit für den späteren Beruf. Alles gut. Sehr schön, wir werden nochmal nach oben kommen. Super. Überleg mal, vor drei Monaten haben wir noch das Examen bei der PDS abgelegt und jetzt stehen wir hier an der Praxis. Ja, das stimmt. Die Zeit ging echt schnell rum. Wir haben so viel gelernt, was wir hier jetzt umsetzen können. Wir sind die PDS Grünstadt! Jetzt für eine Ausbildung mit Ausbildungsvergütung an der Physiotherapie-Schule Grünstadt bewerben.